Der Judasbaum ist für seine beeindruckende Blüte im Frühjahr bekannt. Verschiedene Arten von Judasbäumen blühen in rosa, rot, weiß und violett. Auf baumliefer-service.de haben wir sieben verschiedene Arten von Judasbäumen. Jeden Sommer bekommt der Judasbaum wunderschöne herzförmige Blätter, die sich im Herbst in verschiedene Farben verwandeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017